Herzlich willkommen nur da draußen, du kleiner Kommandos-Fan. Alle mal rein, in die Bude. Ah, oh, ich hab ne bessere Idee. Ich hab ne bessere Idee, das war ja doch die Falle, ich weiß nur nicht wann wir die halt jetzt stellen können, deswegen schön auf LP1, ja komm auf LP, ja dann mach mal, dann lass uns hier, Mission, Mission, ja dann müssen wir hier eigentlich Mission, ah, das ist jetzt alles ein bisschen doof, ne, ja dann lass uns hier Mission, oder dann LP, LP2 erstmal lassen, komm, Arschlecken. Habe verstanden, Sir, ich komme sofort, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir, bestätigt, Sir, sehr wohl, Sir. Jetzt müssen wir halt warten. Dann haben wir am wenigsten Aufruhr, wir verlieren kein Leben, und haben einfach unsere Ruhe. Legen uns die Falle dahin, ah, ich hab schon wieder nicht dran gedacht, die... Ja, unsere, äh, ja, die, die Dinge zu machen, die, 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 äh, die Hotkeys. Na, komm. Äh, so soll es sein, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Habe verstanden, Sir. Nein. Ja, nochmal laden. Das meine ich halt damit... Habe verstanden, Sir. Nein, das ist auch, das ist auch doof. Ja, komm. Habe verstanden, Sir, bestätigt, Sir. Nein, äh. Ich komme sofort, Sir, so soll es sein, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall kriegen. Die sehen gleich hier, die... Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt... Dieses... Abchecken, gucken... Ja, jetzt... Sind sie hellhörig geworden. Ähm. Hä, jetzt aber, jawoll, jawoll. Alarm, Alarm! Da passiert aber, glaube ich, jetzt nichts, ne? Weil hier nichts... So... Ruhig, ruhig, ruhig. Und dann warten wir halt wieder. Das ist halt dieses... Ja, wo man halt die Zeit benötigt im Spiel. Die Geduld und die Zeit. Wenn man einfach abwartet, chillt, guckt... So, wir können dann auch ruhig... Speichern. Weil einen allein kriegst du dann immer, aber... Die zwei... Sind dann noch hoch... Höchst tödlich. Sehr wohl, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Sehr wohl, Sir. So soll es sein, Sir. Wir schauen halt mal. Jetzt drehen sie sich um, dann können wir es laden. Dann können wir es nochmal von vorne machen. Ich komme sofort, Sir. Zack. Und die müssen uns... Bestätigt, Sir. So soll es sein, Sir. Jetzt. Jetzt bleiben nämlich die Fußspuren auch noch da. Und da müssten sie ihn eigentlich finden. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zu tun. Der geht eigentlich dann. So, perfekt. Ja, komm. Aha, Mist. Oder? Nee. Eigentlich schon so da hinsetzen. Ich komme sofort, Sir. Sehr wohl, Sir. Bestätigt, Sir. Die hat auch laufen so hier, hier hin. Ich komme sofort, Sir. Oh, die liegt perfekt, ne? Oh, die liegt so gut. Oh, liegt die nice. Oh, liegt die gut. Komm, ihr seht die Fußspuren los. Komm. Ja, oder laufen sie auch so oder so rein. Nee, die laufen nicht rein. So soll es sein, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Jetzt aber. Jetzt müssten sie sie sehen. Jawohl, oder? Ja, jetzt haben sie sie gesehen. Und der nächste weg. Yes. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Komme schon. Ah. Überlassen sie das nur mir. Schon unterwegs. Ja, das ist jetzt zu leicht dann. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Was? Na, Mist. Das meine ich halt, das ist dieses. Aber wir kriegen es hin. Das ist doch leicht. Bin schon unterwegs. Oh. Der kriegt den nicht, oder? Nein. Wir müssen direkt. Laden. Das ist doch leicht. Nee, das können wir jetzt zu oft probieren. Ja, Sir. Oder halt, zack. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Komm. Ah, Mann. Nee, gut. Ich mache mir da jetzt nicht die Blöße, oder gebe mir da nicht die Blöße. Bestätigt, Sir. Ich komme sofort, Sir. Habe verstanden, Sir. Bestätigt, Sir. Sehr wohl, Sir. Na, wo rennt er hin? Hä? Hat er Feierabend gemacht, oder was? Hä? Wo ist er hin? Ich meine, hey, mir egal, ne? Solange er uns nicht mehr nervt. Passt das für mich? Solange er uns nicht mehr nervt, okay. Habe verstanden, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Ich komme sofort, Sir. So soll es sein, Sir. Habe verstanden, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Hm? Das ist doch leicht. Jetzt können wir mal hier arbeiten. Ich hoffe, der Arsch nervt uns jetzt nicht. Bin schon unterwegs. Ist der abgehauen, oder? Der hat keinen Bock mehr, ne? Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. So, wenn ich den kille, sieht der andere mich, oder? Der hier, ja. Komme schon. Deswegen müssen wir hier oben vorbei. Bin schon unterwegs. Der, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Okay. Das ist perfekt. Dann speichern wir mal auf eins. Bin schon unterwegs. Okay. Komme schon. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Okay. Schon unterwegs. Würden wir dann die Richtung mit dem verändern? So gut wie er lebt. Ja. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das Nummer. Halt, er ist da. Perfekt. Gut. Oh, ne. Wir müssen auf eins laden. Bin schon unterwegs. Okay. Komme schon. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Okay. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. So gut wie erledigt. Komme schon. Schon unterwegs. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Nee, das ist das. Ich war gerade am Überlegenden. Ich hatte gerade die Überlegung. Wir machen es an. Durch die Fußspuren rennt er hier hoch. Sieht uns. Aber nee. Lieber als Ablenkungsmanöver. Komme schon. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Dann können wir uns nämlich den schnappen. Das ist doch leicht. Okay. So. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Okay. Komme schon. Schon unterwegs. Okay. Jetzt können wir uns hier nämlich ranschleichen. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Komme schon. Schon unterwegs. Uns hier ranschleichen. Komme schon. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. Perfekt. So gut wie erledigt. Ah, Mist. Okay. Also perfekt. Besser geht es eigentlich fast gar nicht, ne? Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Okay. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. So, jetzt schnell den hier weg. Okay. Komme schon unterwegs. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Das ist doch leicht. Perfekt. So gut wie erledigt. Komme schon. Dann war der Nächsten weg. Das ist doch leicht. Besser geht es gar nicht. Läuft echt super. Überlassen Sie das nur mir. Das ist doch leicht. So gut wie erledigt. So. Wie weit sieht uns hier dieser Bunker? Okay, der sieht uns eigentlich gar nicht. Schon unterwegs. Komme schon. Nur so ein bisschen an der Spitze. Bin schon unterwegs. Komme schon. Das heißt, wenn wir uns hier jetzt runterschleichen. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Den sieht keiner. Dann können wir nämlich uns den erstmal kaschen. Komme schon. Das ist doch leicht. Schon unterwegs. So erstmal hier hin. Überlassen Sie das nur mir. Wieder hinlegen. Speichern. Das können wir wieder auf LP2. Ich sag ja, das ist ein Gespeicherer ohne Ende hier. Jetzt sind wir aus dem Sichtbereich. So gut wie erledigt. Das ist doch leicht. Schon unterwegs. Alter, Läscher! Ach, Mist. Ich muss... Ich muss mal lernen. Ich muss mal herausfinden, wie man hier... Wie man so schnell steht. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. Komme schon. So, hier sieht er uns ja nicht. Perfekt. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Und zack. So, dann haben wir doch erstmal hier alle. Das ist doch leicht. Dann haben wir hier erstmal den Fluss ein bisschen bereinigt. Komme schon. Okay. So gut wie erledigt. Den haben wir. Bin schon unterwegs. Ach, den brauchen wir eigentlich erstmal nicht wegräumen, oder? Ja, obwohl nicht, nicht, dass ihr irgendwie mal welche, wenn irgendwas passiert, so, die, die Lauf, die Laufrichtung ändert. Schon unterwegs. Oder mal so Fußspuren sehen, oder so. Bin schon unterwegs. So, jetzt können wir, jetzt haben wir die alle weggeräumt. Jetzt muss ja der Taucher, jetzt kommt ja unser Taucher ins Spiel, ne? Okay. Jetzt kommt der ja ins Spiel. Unser Juta, also der Taucher. Überlassen Sie das nur mir. Dann würde ich sagen... Bin schon unterwegs. Greenbeard kann weg. Ja, Sir. Jetzt kommt der nächste, der nächste von unseren Boys kommt dran. Wir speichern wieder auf LP2. Auf jeden Fall. Wird erledigt, Sir. Schauen wir jetzt erstmal bis hier runter. Sofort, Sir. Gehen jetzt auf die Knie und fangen hier an, hier rein zu krabbeln und dann ab ins Wasser. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Mach hier, Sir. Kann er schön tauchen. Wo fangen wir an? Da ist ein Schlauchboot. Das Problem ist, wir können hier kein Messer... Also, wir können schon Messern, aber... Schon fast da, Sir. Wir haben das Problem. Wir holen uns 10. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Der ist ganz easy hier. Hier ist auch, glaube ich, keiner und danach holen wir uns ihn. Schon fast da, Sir. Obwohl wir ja genügend... Aber das bringt uns nichts, ne? Wir haben... Wir müssten ja... Wir müssten ja richtig schnell... Marschiere schon, Sir. Wird erledigt, Sir. Schon fast da, Sir. Verstanden, Sir. Perfekt. Das Schlauchboot kannst du mitnehmen. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Schon fast da, Sir. Der rennt hier hinten rum. Normalerweise, wenn wir es schaffen... Sofort, Sir. Ja, Sir. Jetzt renn. Renn, Alter. Renn um dein Leben. Komm. Boah, das wird verdammt knapp. Oh. Komm. Boah, aber gerade so, ne? Er kann ihn nicht nehmen, ne? Marschiere schon, Sir. Wird erledigt, Sir. Perfekt. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Geht's jetzt hier schön gemütlich. Schön gemütlich wieder runter ans Wasser. Schon fast da, Sir. Und dann können wir den hier köln. Da haben wir hier... Wir müssen auf den aufpassen. Der kann aber nicht hinblicken, oder? Auf ihn dann. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Dann haben wir den ausgeregt. Den. Die können wir uns leider noch nicht schnappen. Ich weiß gar nicht, kann der Spion... Äh... Und... Nee. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Wir hätten freie Bahn erst mal. Na? Haben wir da komplett... Also da ist ein komplett toter Winkel, ne? Für den, ne? Der kann da gar nicht reingucken. Okay. Verstanden, Sir. Ja, Sir. Perfekt. Wird erledigt, Sir. Sofort, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Perfekt. Dann haben wir hier alle. Dann können wir jetzt... Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Eigentlich könnten wir jetzt unsere drei rausholen, ne? Wir müssten auch noch irgendwie das Tor hier aufkriegen, oder? Momentchen mal, wir müssen ja irgendwie eine... Ach doch, wir könnten hier dann eine schöne Land... Ah, nee, das bringt ja gar nichts. Wir müssen hier irgendwie die Landebahn vorbereiten, oah. Weil... Wir können ja sonst nirgendwo rein. Das heißt, der Taucher müsste das alles machen. Ich meine, der Einzige, der sich bewegt, ist der hier. Das heißt... Momentchen mal. Wir könnten noch probieren mit der Harpune. Schon fast da, Sir. Würde das... Würde das... Hat der hier Blick auf den? Der hier Blick? Nee, eben nicht. Genau, perfekt. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Das heißt... Schon fast da, Sir. Der hier steht... Könnten wir ihn mit der Harpune doch killen? Dann sieht den keiner, weil den müssen wir auf jeden Fall aus dem Weg kriegen. Mein würde auch so klappen, indem wir uns dann hier hinter den Herr, aber... Ah, ich weiß nicht. Dann lieber mit der Harpune so abschießen. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Ah, und er sieht ihn. Fuck. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Ja, das war klar. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Okay. Ja, müssen wir doch... Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Müssen wir doch anders davor gehen. Sofort, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Da müssen wir den hier irgendwie... ...weiß bringen. Wir müssen den auf jeden Fall mit seinen komischen Bewegungen da rauskriegen. Der muss weg. Der muss... Der muss eigentlich irgendwie weggehen. Ah, den da hinten habe ich nicht gedacht. Ja, doof. So, hinter diesen... Eisen-Draht rollen wäre es eigentlich am besten, ne? So, genügend gewartet. Jetzt. Verstanden, Sir. Schon fast da, Sir. Sofort, Sir. Wird erledigt, Sir. Perfekt. Und er... ...sieht ihn nicht. Und er hat keinen Einblick drauf. Das heißt, wir können ihn jetzt hier auch schön... Marschiere schon, Sir. ...schön wegnehmen. Halt! Der Letzter! Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Ja, Sir. So. Wird erledigt. So, mal hier alle. Weil, um an die Uniform zu kommen, müssen wir hier alles ein bisschen frei haben. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Schon fast da, Sir. Jetzt bin ich halt am überlegen, ob wir direkt... ...alle drei mit runterholen. Wir müssen ja irgendwie sprengen, ne? Dann hier oben wieder weg. Das heißt, eigentlich brauchen wir... ...Ui. Erstmal. Erstmal nur ihn. Wie ich Sie wünschen. Ja, Sir. Ja, Sir. Das glaube ich, ist ja die beste... ...beste Variante. Ah, ne. Marschiere schon, Sir. Verstanden, Sir. Oh, das wird uns, glaube ich, so ein oder andere Mal... ...bespeicherstand kosten. Bereit. In Ordnung. Gut. Jetzt schnell rennen. Ja, Sir. Habe verstanden. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Ja, Sir. So, das bringt uns aber, Moment mal. Er... Guck, da reicht, komisch. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Schon fast da, Sir. Jetzt ist es halt wirklich so ein komischer Kill. Und zwar, wir müssen losrennen. Wenn es hier... Ja, Sir. Ist es jetzt... Halt auf! Nein, Mist. Ich sag ja, das wird jetzt so ein ganz komischer Kill. Ja, Sir. Halt auf! Ah, das ist immer so eine Sekunde zu früh sind wir. Immer eine Sekunde zu früh. Aber wir hätten genügend Zeit, ne? Ja, Sir. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. So, perfekt. Sofort, Sir. Eigentlich... Ja, eigentlich brauchen wir es fast nicht mehr, ne? Marschiere schon, Sir. Können jetzt hier langkrabbeln. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Können eigentlich da langkrabbeln und dann haben wir es schon. Schon fast da, Sir. Dann holen wir uns die beiden und dann haben wir hier schon mal... hier die ganze Map reinigt. Wird erledigt, Sir. Müssen wir hier rüberkommen. Ja, gut, das ist ja... Marschiere schon, Sir. Sofort, Sir. Verstanden, Sir. Ja, Sir. So haben wir einen recht guten... So haben wir einen recht guten Erfolgserlebnissen, ne? Einmal hier alle hier... Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Sofort, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Perfekt, jetzt haben wir hier die Ecke alles... ...bereit. Mal bereinigt. In Ordnung. Gut. Wir brauchen diese Uniforms... Uniforms gedöhnt. Ja, Sir. Ja, Sir. Jetzt brauchen wir einen neuen Plan für unten gleich. Das gucken wir uns aber jetzt gleich mal an. So, wir haben... Bereit. In Ordnung. Ihn haben wir... Verstanden, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. In Ordnung. Ich will erst mal... Ich will erst mal jetzt die anderen zwei runde holen. Das willst du doch unten haben. Bei dem Häusern sind sie so auch safe, aber... Bestätigt, Sir. Sehr wohl, Sir. Hm? Das ist doch leicht. So. Okay. Komme schon. Jetzt rennen die beiden mal hier runter. Da leuchtet uns noch rot, weil das diese Gebäude sind, wo Leute rauskommen könnten. Wir haben hier hinten haben wir... So soll es sein, Sir. Zwei Stück. Die uns aber jetzt erst mal wurscht sein können. Ja, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Jawohl, Sir. So. Den. Und den. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Jetzt nehme ich erst mal wieder Schlauchbooter mit. Wird erledigt, Sir. Jetzt schnappen wir zum Taucher und tauchen jetzt erst mal hier alles ab und gucken mal. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Weil mit dem Schlauchboot ist jetzt alles zu managen, ist ein bisschen hart, ne. Weil die beiden kreuzen sich, glaube ich, ne. Das ist halt jetzt, ne. Wie kriegst du die beiden weg? Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Natürlich am Schlauchsten ist es dort, ne. Das ist ein Kreuz, ne. Der hat ja keine Sicht auf uns, ne. Ne. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Naja, aber da... Oh, da steht ja auch einer, der klotzt, ne. Schon fast da, Sir. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Uh. Ne, das... Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Ja, Sir. Wie kriegt man die beiden weg? Marschiere schon, Sir. Wahrscheinlich ist es doch am logischsten. Schon fast da, Sir. Wir machen es so. Ich marschiere schon, Sir. Ja, ich glaube, das... Schon fast da, Sir. Ich glaube, ich habe so eine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Und zwar ist es jetzt ganz viel gemanagert. Schon fast da, Sir. Verstanden, Sir. Ja, Sir. So, wir nötigen jetzt das Brot. Bereit. Wie Sie wünschen. Mit ihm drin. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Ihn brauchen wir. Jawohl, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Habe verstanden, Sir. Oh, hä? Momentchen mal. Ja, Sir. Hä, die kreuzen sich doch nicht. Das heißt, wenn ich den hier unten kille... Okay, 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 okay. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Marschiere schon, Sir. Wir müssen ihn auf jeden Fall hier überwältigen. Hier, das heißt, wir warten nochmal. Wir müssen ihn hier überwältigen, hier. Das heißt, raus, zack, abstechen. Denn... Ich dachte, die kreuzen sich immer. Also, ich dachte, er läuft jetzt... Die, dass sie sich so den ganzen Weg kreuzen. Aber das ist gar nicht der Fall. Das macht es ein bisschen leichter für uns. Das ist ein bisschen einfacher jetzt. Ich gucke gerade nur, ob der bis ganz runter gucken kann. Weil dann müssen wir hier in einem Eck irgendwie überwältigen. Ja. Gut, wir haben die ganze Bahn hier frei, oder? Bis zur Laterne, wie weit können wir? Ja, wir müssen ihn hier unten überwältigen. Ja. Bis hier ungefähr haben wir Zeit. Das heißt, zack. Messer nehmen und gib ihm. Ja, ich sag ja, du musst oft warten im Spiel. Man muss dann oft warten. Aber dann... Sollte man einen guten Plan haben. Sofort, Sir. Marschiere schon, Sir. Schon fast da, Sir. Verstanden, Sir. Marschiere schon, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja. So, zack. Perfekt, perfekt. Schon fast da, Sir. Ein wieder weniger. Sofort, Sir. Der auch noch perfekt liegt. Marschiere schon, Sir. Jetzt bringen wir unseren... Schon fast da, Sir. Ja. Ja, unseren Spezi hier, unseren Spion. Schon fast da, Sir. Am Land. Marschiere schon, Sir. Der kann jetzt überlang laufen. Das ist auch perfekt. Ich verstehe. In Ordnung. Gut. Wie Sie wünschen. Guten Tag. So, und jetzt würde ich mal kurz gucken, ob ihn hier jemand zieht. Ob ihn irgendjemand zieht. Ja, Sir. Wird erledigt, Sir. Ja, Sir. Wenn ihn keiner sieht, schnappen wir uns den auch schnell noch. Schon fast da, Sir. Marschiere schon, Sir. Dann schnappen wir ihn uns. Wie gesagt, nur wenn ihn keiner sieht. Scheint aber gut zu sein, ne? Jo. Ich sage mal, so schön in dem Spiel, einer weniger, ne? Ist halt einer weniger, ne? Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Marschiere schon, Sir. Verschallt, Sir. Schon fast da, Sir. Genau so läuft das. Gut. In Ordnung. Nicht anders, das so. Wie Sie wünschen. Jetzt haben wir hier alle. Gut. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. Hier gibt es auch so einen lustigen Trick. Oder was heißt Trick, aber. So ein lustiges Ding. Ja, habe ich damals mir so einfallen lassen. Und zwar da, wo die langlaufen. Hier oder hier so meistens eine Falle hin und dann schnell wieder hier hinter rennen. Mega. Wie ich wünsche. Werden wir dann wahrscheinlich auch machen. In Ordnung. Gut. Das Hochspannungswerk, das nervt mich so. In Ordnung. Gut. Wie Sie wünschen. Gut. Endliches Ruhe. Endliches Ruhe. So, sehr schön. Jetzt können wir hier mal ein bisschen anfangen. Und zwar sicher ist immer sicherer. Deswegen. In Ordnung. Einfach hier hin. Wie Sie wünschen. Schauen, dass Ihnen hier. Ja. Aber hier. Wie weit kannst du gucken? Was erblicken deine Augen? Gut. Guten Tag. So. Jawohl, Sir. Dann machen wir uns hier schön das Tor auf. Hö. 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 Sehr wohl, Sir. Perfekt. Können wir hier schön aufmachen. Ich komme sofort, Sir. Ja, macht das Ding auf. Weil wir können jetzt hier schön reinlaufen. Sehr wohl, Sir. So soll es sein, Sir. So vor allem fürs, ich sag mal für die Mission, fürs Endgame, ne, wird der Pro-Darts wichtig sein. So, wirklich richtig wichtig wird er von sein. Richtig, 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 richtig. Okay. Schon unterwegs. Wir haben eigentlich jetzt, glaube ich, schon fast das Schwerste hier geschafft. Überlassen Sie das noch mehr. Rumgucken, rummachen, wieder langsam, peu, peu, ein nach dem anderen ausschalten. Schon fast da, Sir. So Sachen halt. Aber wir haben es jetzt nicht mehr schwer, weil wir haben ja oben alles weg. Hier haben wir alle weg. Die fünf werden halt nochmal heftig. Dann, ja, die paar kriegen wir auch weg. In einem Lager sind nicht so viele. Das, das, das geht alles. Das hält sich alles in Grenzen. Bin schon unterwegs. Komme schon. Das ist doch leicht. Schon unterwegs. Schön. Überlassen Sie das nur mir. Komme schon. Die stellen wir jetzt alle mal schön hier hin. Du kannst dich mal hier hinlegen. Ich komme sofort, Sir. Bin in einer Sekunde da, Sir. Immer hinlegen. Immer. Das ist das Wichtigste. Das A und O. Immer legen. Bestätigt, Sir. Wie Sie wünschen. Ich verstehe. Dann sieht ich keiner. In Ordnung. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. Guten Tag. Sieht uns denn hier jemand? Bis wohin kann er blicken. Er sieht uns nicht. Er? Ja. Habe verstanden. In Ordnung. Ich verstehe. Dann stellen wir uns hier so hin. Habe verstanden. Ich würde ihm am liebsten nur ganz schnell hier so... ...hin wegnehmen. Das heißt... Wie Sie wünschen. Guten Tag. Perfekt. So soll das eigentlich passen. Mit schön. Okay. Bin schon unterwegs. Spezielle, speziellen, Spezialtybi. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Und schön hier weg. Komme schon. Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Jetzt... Äh... Wie können wir jetzt vorgehen? Eigentlich ganz easy. Doch. Ich sehe es. Bereit. Gut. Wir schnappen uns den. Ja, ganz, ganz easy peasy, ne? Und... In Ordnung. Guten Tag. Lassen wir ihn jetzt nach oben gucken. Jetzt sollte... Der eigentlich... ...ungedeckt sein, ne? Weil der sieht ihn. Sieht er ihn? Wie Sie wünschen. Nein, 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 nein. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Guten Tag. Hm? Genau. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Mal ranschleichen. Bin schon unterwegs. Ja, das ist jetzt halt so ein Ran-Tasten immer. Das kommt so auf einen Millimeter drauf an, wenn wir da falsch stehen. Das ist doch leicht. Überlassen Sie das nur mir. So, perfekt. Komme schon. Perfekt. Schon unterwegs. Ja, das ist immer so ein Ran-Tasten, so auf einen Millimeter. Kommt es echt manchmal auf einen Millimeter drauf an. Das ist doch leicht. Perfekt. Geiler geht's gar nicht. Geiler geht's nicht. Okay. So gut wie erledigt. Und ich finde immer so, die Missionen sehen immer manchmal so aussichtslos aus. Aber im Endeffekt sind sie alle machbar. Schon unterwegs. Man muss halt immer ruhig bleiben. Man sollte halt immer mal testen. Bin schon unterwegs. Halle! Das ist doch lang. Ah, Mist. Ja, okay. Mist. So gut wie erledigt. Hm. Wir müssten es dann so machen. Er hat einen schnellen Blick, aber... Okay. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Rein theoretisch, wenn wir es richtig anstellen. Überlassen Sie das nur mir. Komme schon. Sollte auch der kein Problem sein, ne? Schon unterwegs. Das ist doch leicht. Komme schon. Okay. Überlassen Sie das. Ich sag ja, dann probiert man ein, zweimal aus und dann... Ja, passt es. Er kann wie weit gucken? Er sieht ihn eh nicht. Das heißt, wir müssen ihn ablenken. Bereit. In Ordnung. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Wir müssen ihn ablenken. Habe verstanden. Guten Tag. Perfekt. Hm? Jetzt heißt es wieder speichern und jetzt gehen wir einmal außen rum. Bin schon unterwegs. Komme schon. So gut wie erledigt. Wie gesagt, immer kriechen. Schon unterwegs. Sound ohne im Spiel kriechen. Bin schon unterwegs. Langsam, langsam, langsam. Okay. Bin schon unterwegs. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Sollte es eigentlich kein Problem sein. Komm schon. Perfekt. Schon unterwegs. Okay. So rein theoretisch können wir uns jetzt den auch schnappen hier. Bin schon unterwegs. Nur rein theoretisch. Ich muss mal gucken. Das ist doch leicht. Komm schon. Wenn ich mir den schnappe. Deswegen teste ich auch manchmal einfach so. Probier es, wenn es klappt. Super. Wenn nicht. So gut wie erledigt. Ist halt leider so. Aber es ist besser gelaufen wie gedacht. Komme schon. Bereit. Gut. In Ordnung. Ist besser gelaufen als gedacht. So. Haben wir hier erstmal alle. Gut. Jetzt haben wir hier noch fünf Stück. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. Mit ihm kann ich es auch. Ja. Okay. Gut. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube mit ihm kann ich nämlich. Ich verstehe. Hm. Das ist doch leicht. Ich glaube mit ihm kann ich auch die Dinge setzen. Die äh. Hm. Mit ihm kann ich glaube ich auch die. Bereit. Toten. Wegtragen. Gut. In Ordnung. In Ordnung. Genau. Wie Sie wünschen. Dann wieder ein weniger. Der Einer ist immer halt. Einer weg. Ist halt wie gesagt. Einer weg. Das ist. Ja das macht einen so. Wie Sie wünschen. Haben wir verstanden. Perfekt. Speichern. In Ordnung. In Ordnung. Jetzt müssen wir halt wie gesagt. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. In Ordnung. Er ist halt so unser. Unser schlechtester hier von denen. Guten Tag. Ich bin schon unterwegs. Speichern wir. Lenken den ab. Und holen uns. Okay. Jetzt hier die anderen. Dösbatteln. Bin schon unterwegs. Kommt schon. Okay. 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 Er sieht bis wo. Sieht denn hier jemand. Ja. Schiet. Hm. Die decken sich alle jetzt untereinander. Wie kriegen wir die weg? Ich glaube ich weiß wie. Okay. Bin schon unterwegs. Ich glaube ich weiß wie. Komme schon. Überlassen Sie das nur mir. So. Den hier. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Okay. Das ist doch leicht. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. Wenn wir es jetzt anmachen. In Ordnung. Bereit. Gut. Okay. Sehr cool. In Ordnung. Guten Tag. Ja. Geil. Okay. Dann. Können wir das ja hier hinstellen. Bin schon unterwegs. Dann guckt er da ein. Und dann können wir uns den Kaschen den da unten. Überlassen Sie das nur mir. Komme schon. Schon unterwegs. Bin schon unterwegs. Das ist doch leicht. Der guckt dann immer bis hier runter. Und der. Sieht uns nicht. So gut wie erledigt. Okay. Bin schon unterwegs. Er würde uns nicht sehen. Wenn wir da hingehen. Das heißt. Das ist perfekt. Okay. Komme schon. Das ist eine perfekte Sache. Schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Okay. Das ist doch leicht. Perfekt. Perfekt. Bin schon unterwegs. Überlassen Sie das nur mir. Komme schon. Schon unterwegs. Komme schon. Gar nicht verkehrt. Gar nicht verkehrt. So gut. Okay. Jetzt. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. Der klotzt wieder. Gut. Komme schon. Schon unterwegs. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ach Gott. Okay. Oh. Ich bin da richtig happy, dass das so klappt. Jetzt können wir den oben noch uns holen. Ist ja egal wie rum. Ob er jetzt noch klotzt oder nicht. Das ist uns ja dann egal. Aber geil. Das ist doch leicht. Perfekt. Bin schon unterwegs. Perfekt. Jetzt kommen eh die anderen Passauf. So gut wie erledigt. Das ist doch leicht. Oh. Nicht mal. Nicht mal. Geil. Komme schon. So. Jetzt haben wir das Lager auch ein bisschen mal freigeschauten. Geschauten. Überlassen sie das nur mir. Schon unterwegs. Ich hab sogar die perfekte Idee. So. Schon unterwegs. Wir wissen ja wo die. Bin schon unterwegs. Wo die Jungs dann hin wollen. So gut wie erledigt. So zack. Komme schon. Ja wird es eigentlich fast alle ne. Bereit wie sie wünschen. Das heißt wir quatschen die hier oben an. Wenn sie hier oben stehen. Dann laufen sie da rein. In Ordnung. In die Falle. Dann haben wir sie immer. Wie sie wünschen. Gut. Wie sie wünschen. Perfekt. Die nerven uns nicht mehr. Überlassen sie das nur mir. Dann haben wir hier die Ruhe. Jawohl Sir. Jawohl Sir. Verstanden Sir. Du gehst mal aus deinem Ding raus. Du hast schon. Sofort Sir. Genügend gemacht mein Junge. Du bist so stolz auf dich. So soll es sein Sir. So. Wir haben hier genügend. Du nimmst ja einmal die mit. Ich komme sofort Sir. Die Maus steuert sich halt echt stellenweise langsam. Gut bisher haben wir es super hingekriegt immer. Wir haben irgendwie genau das alles gemacht was wir wollten. Bestätigt Sir. Sehr wohl Sir. So. Zeitzünder. Das ist das. Habe verstanden Sir. Okay. Bin in einer Sekunde da Sir. Jetzt haben wir die zwei noch. Ich komme sofort Sir. Bin in einer Sekunde da Sir. Das ist die große Frage wie wir vorangehen. Hier will ich jetzt auf jeden Fall so. Bestätigt Sir. Sehr wohl Sir. Wir müssen es halt jetzt leider so machen. Habe verstanden Sir. Bin in einer Sekunde da Sir. Sehr wohl Sir. Ich komme sofort Sir. Ich bin jetzt mal gespannt ob da welche rauskommen. Marschiere schon Sir. Schon fast da Sir. Das ist jetzt so. Ich weiß nicht was passiert. Deswegen gucken wir einfach mal an. Bereit. Ich verstehe. Wird erledigt Sir. Ich hoffe dass da keiner mehr dazukommt. Also dass sie so bleiben. Jetzt fehlen uns nur noch die. Sechs eigentlich. Was passiert nur. Was passiert. Es wird ja noch eine andere Möglichkeit geben. Die glaube ich ein bisschen schneller ist. Alarm! Alarm! So. Der läuft einfach mal weiter. In Ordnung. Das läuft besser als gedacht. Sehr wohl Sir. Jetzt hier. Ich komme sofort Sir. Bin in einer Sekunde da Sir. Ich komme sofort Sir. Die mache mal wieder. So soll es sein Sir. Habe verstanden Sir. Und weg mit dir. Sehr wohl Sir. Was uns ja ziemlich, wie gesagt, ziemlich in die Karten spielt. Wie sie wünschen. Ich verstehe. Einen können wir dann, den letzten können wir der Giftspritze hinrichten. Bestätigt Sir. Aber lieber halt vorsichtig sicher. Ich hoffe, dass wir jetzt nochmal irgendwie Aufsehen erregen. Gleich wieder ein weniger. Dann müssen wir den Spaß noch zweimal machen. Sie kümmern sich halt schon gar nicht mehr so drum, ne? Den Raum doch. Gut. Hey. Den Raum doch. Ich verstehe. Gut. Nein. Passt das? Ja, passt. Jawohl Sir. So. Und die dürfen halt nur nicht. Die dürfen halt nur nicht irgendwie. Die dürfen nur nicht irgendwie sehr so auf uns aufmerksam werden. Sehr wohl Sir. Wie in einer Sekunde da Sir. Achts. Umso geht es auf den Sack jetzt die ganze Zeit. Ich denke, was ist das denn? Sehr wohl Sir. Habe verstanden Sir. So soll es sein Sir. Perfekt. Direkt wieder verküge. Ich komme sofort Sir. Bereit. Jawohl Sir. Warum rennst du nicht? Sehr wohl Sir. Bereit. Habe verstanden. Wie sie wünschen. So. Bestätigt Sir. Noch zweimal. Dann haben wir es. Können sie ja immer noch aufhalten. Und wir haben nur ein bisschen Leben verloren, weil wir einen Elektrozaun gefasst haben. Das ist halt schade. Das ist halt doof. Das ist halt sehr doof gemacht von uns. Ja komm. Ja komm. So das normalste der Welt, weißt du. Gut. In Ordnung. Wie sie wünschen. Gut. Nein. Perfekt. Jawohl Sir. Oh besser hätte ich es nicht hingekriegt. Ich komme sofort Sir. Jetzt holen wir uns. Bin in einer Sekunde da Sir. Den Letzten. Ich komme sofort Sir. Die wundern sich halt auch gar nicht. So soll es sein Sir. Bestätigt Sir. Habe verstanden Sir. Perfekt. Und wenn der Letzte jetzt da rein rennt. Überlassen sie das nur mir. Jawohl Sir. Also ich hoffe er rennt jetzt rein. Ich hoffe die rennen da jetzt rein. Aber eigentlich schon. Die haben ja diesen Laufweg. Eigentlich müssten sie rein rennen. Bestätigt Sir. Dann holen wir uns die beiden. Und dann ist es vorbei. Dann wird die nächste Mission schon geschafft. Die Waffen sind auch egal. Die Braut ist es egal. Wenn wir das jetzt alles liegen lassen. Ja komm. Ah sehr schön. In Ordnung. Wie ich sie wünsche. Perfekt. Aber komm Ordnung muss sein. Komm wir nehmen es an. Ich bin jetzt nur am gucken. So gut wie erledigt. Ich bin jetzt nur am gucken. Ob das so klappt. Wie wir es uns vorstellen. Dass der MG Turm uns nicht sieht. Komm schon. Habe verstanden Sir. So auch Sir. Okay. So den noch den noch. Jetzt haben wir hier alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm wir schon. Schon unterwegs. Der Turm uns zieht. Jetzt zünden wir den Darm noch an die Luft. Perfekt. Da mach es doch. Wir müssen nur den Damm sprengen. Das heißt wir legen zwei Laden. Eine hier hin. Eine hier hin. Und dann. Ich verstehe. Marschieren Sie. Schon fast da Sir. Bin schon unterwegs. Okay. Jawohl Sir. So. Und dann speichern wir hier nochmal. So soll es sein Sir. So gut wie erledigt. Bin in einer Sekunde Darm Sir. Perfekt. Sehr wohl Sir. Besser geht es doch gar nicht. Ach ich hatte es doch schon mal. Ah. Einmal hatte ich das bisher gehabt. Schon unterwegs. Hä? Das ist doch leicht. Warum ist er jetzt nicht in die Luft gegangen. Moment mal. Bin in einer Sekunde Darm Sir. So soll es sein Sir. Sehr wohl Sir. So besser vielleicht. Bin in einer Sekunde Darm Sir. Da hat uns das Auto überfahren. Komme schon. So gut wie erledigt. Verstanden ist er. Hä? Ah. Moment. Momentchen. Ich glaube. Bin in einer Sekunde Darm Sir. Ich bin in einer Sekunde Darm Sir. Sehr wohl Sir. Ich glaube ich weiß was wir tun müssen. Bin in einer Sekunde Darm Sir. So soll es sein Sir. Ja Sir. Marschiere schon Sir. Ich glaube ich weiß was wir tun müssen. Ja Sir. Das wird jetzt langt oben drauf. Aber müssen wir die unten hin? Ja Sir. Hier die andere Ladung entzielen sie am Fluss. Am Fuße des Dammes um ihn zu springen. Ja ok. Verstanden Sir. Schon fast da Sir. Wird erledigt. Ja Sir. Sofort Sir. Ich muss wissen bis wie wohin der... Marschiere schon Sir. Ja Sir. Marschiere schon Sir. Jawohl, Sir. Habe verstanden, Sir. Sehr wohl, Sir. Warum? Ich versteh dich, Sir. Schon fast da, Sir. Maschinen, Sir. Warum? Ja, Sir. Oh, Sir. Ich fürchte, ich brauche Hilfe. So soll es sein, Sir. Habe verstanden, Sir. Schon fast da, Sir. Maschinen, Sir. So, jetzt ist uns eh egal. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Jawohl, Sir. Perfekt. Ich komme sofort, Sir. Ja, Sir. Wir hatten das nämlich schon mal. Da hat der scheiß LKW alle tot gefahren, ne? So soll es sein, Sir. Bereit. In Ordnung. So, come on. Oh, 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 oh. So gut wie erledigt. Näh? nächste mission hören wir uns noch schnell an gucken uns kurz mal die ausgangslage an eine frage des stolzes zu beginn der zweiten märz hälfte sind die luft und raketenangriffe auf großbritannien schlimmer als je zuvor london liverpool glasgow und andere städte werden schwer getroffen churchill braucht dringend einige erfolgreiche störaktionen hinter den feindlichen linien um die kampfmoral der nation zu stärken ihre ausgangsposition ist südlich des gegnerischen hauptquartiers wir haben schon etwas zusätzliche ausrüstung für sie per fallschirm abgeworfen leider ist sie etwas zu weit nördlich zu boden gegangen sie müssen dorthin marschieren und sich das material beschaffen denken sie daran dass nur jemand einen ausrüstungsgegenstand benutzen kann der auch damit umzugehen weiß sie werden dann die villa angreifen und dabei so viel schaden anrichten wie möglich anschließend erobern sie ein patrouillenboot und entkommen nach norden übers offene meer denken sie daran dass sie zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen sind an ihrer stelle würde versuchen die truppen bewegungen des gegners zu stören und seine einheiten zu trennen sie können dazu beispielsweise einen lastwagen stehlen und ihn am inneren eingang in brand stecken damit errichten sie eine feuerbarriere hinter sich den lastwagen wiederum können sie erbeuten indem sie den zug genau auf dem bahnübergang zum stehen bringen das wäre alles viel glück okay habe ja schon so einen kleinen tipp bekommen würde ich auch auf jeden fall benutzen und diesen komischen zug da äh dingens in brand setzen hier haben wir schon wieder haufen an läuten ei 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 und hier haben wir so einen kleinen panzer geil gut ich würde aber sagen wir machen hier bei der nächsten folge weiter bis dann macht's